Neorau steht schon zu Lebzeiten auf einem hohen Podest. Kunsthistoriker feiern ihn als wichtigsten Maler seiner Generation. Eine Retrospektive jagt die andere. Vor einigen Jahren explodierten die Preise. Die Amerikaner begannen wie verrückt zu kaufen. Auch dank seines geschickten Galeristen. Die Kunstwelt, besonders die amerikanische, wollte wieder gemalte Bilder, auf denen man was erkennt. Und dann noch von einem Ostdeutschen. Das passte. Erfolg am Markt ist keine Garantie für gute Kunst. Und Kunst, die sich schlecht verkauft, ist nicht automatisch gut. Aber Neorau ist kein zynischer Marktkünstler, sondern ein Maler aus Leidenschaft. Neorau hat da eine ganz klare Haltung zum Arbeiten. Und er ist eigentlich nur seinem Werk verpflichtet und dem, was er macht. Der Motor der neuen Leipziger Schule vereint deutsche Schwermut und deutsche Beharrlichkeit. Anders als viele seiner Westkollegen gönnt er es sich früh, figürlich zu malen. Und er verabscheut Fotografie und Video. Der schüchterne und ernsthafte Künstler meidet Fernsehkameras und äußert sich nur selten zu seiner Arbeit. Ich hätte es eigentlich immer gern, wenn eine Situation, eine gemalte Situation in zwei Richtungen interpretierbar ist. Wenn man näher hinschaut, erinnert sein Malstil an längst abgehakte Epochen. Das Bild Schilfland ähnelt dem guten alten Kaspar David Friedrich. Natürlich hätte der die Frau im Vordergrund und die Szene links nicht so gemalt. Doch die Stimmung ist alt vertraut. Der Unterschied der Romantiker Kaspar David Friedrich brachte vor 200 Jahren ein Gefühl auf die Leinwand, das damals noch nicht kitschig war. Die Malerei musste noch beweisen, dass sie die Natur nachahmen kann. Heute, wo es Film und Fotografie gibt, muss die Malerei nichts mehr beweisen. Rauch kann malen, wie er will. Abstrakt oder gegenständlich? Er malt gegenständlich. Und das Tragische? Er meint es verdammt ernst. Seine Malerei ist frei von Ironie. Und sie zeigt oft Träume voller Rätsel, wie bei den Surrealisten. Wenn man die Bilder also lesen will, dann sollte man versuchen, nicht einen allzu hohen Anteil zerebraler Interpretationslust in sich wachzurufen, sondern man sollte sich so in sie hineingleiten lassen, wie man vielleicht auch versucht, einem eigenen Traum nachzuspüren. Max Ernst, mit dem Rauch immer wieder verglichen wird, war ein surrealistischer Maler, der sich intensiv mit Träumen beschäftigte. Ernst malt 1926 eine prügelnde Gottesmutter. Damals ein Riesenskandal. Heute immer noch schmerzhaft. Rauchsrätsel triefen vor Bedeutung, tun aber nicht weh. Deshalb passen sie gut über so manches Sofa. Ganz anders als die von Francis Bacon, mit dem sich Rauch selbst vergleicht. Sie weckten beim Betrachter schon vor 50 Jahren viel mehr Gefühle von Angst und Beklemmung, als Rauchsbilder das tun. In Rauchs frühem Bild Taufe spürt man noch mehr malerische Kraft. Eine abstrakte Komposition mit Figuren, die noch nicht ausgemalt sind. Ein Meister der Malerei ist Rauch unbestritten. Sein handwerkliches Können, sein Farb- und Kompositionsgespür sind groß. Doch seine Geschichten sind aus der Zeit gefallen und Gefühle bleiben hinter Kostümen verborgen. Selbst ein Gemälde wie Demos, das eine Demonstrationsszene mit einem Selbstmordattentäter zeigt, wirkt nicht wie ein künstlerischer Kommentar zu Terror und Demokratie, sondern wie eine staubige Theaterkulisse. Dabei soll Kunst doch hinter die Fassade der Konventionen blicken. Man möchte Rauchsfiguren die Kostüme vom Leib reißen, um ihre wahren Gefühle zu spüren. Sogar wenn er Zerstörung zeigt, wirken die Figuren wie aus einer kitschigen Theaterszene. Rauchskunst befriedigt bei den Sammlern ein Bedürfnis nach Bildern, die malerisch kunstvoll sind, aber auf keinen Fall wehtun. Also eher unterhalten als fordern. Mit 50 ist Rauch schon im kunsthistorischen Olymp. Ob er dort bleiben wird, ist fraglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017